Hallo hier ist Jasmin von Hase Production. Wie ihr an der Überschrift gesehen habt, habe ich jetzt noch mal eine Bestellung gemacht bei MoTato's. Das wollte ich euch schnell zeigen. Und wundert es euch nicht, dass ich im Moment relativ oft diesen Pulli an habe. Der wird gewaschen und da wird dann aus dem Trockner genommen und gleich wieder angezogen. Das ist derzeit mein absoluter Lieblings-Pulli. Das ist so ein Fließstoff, der ist schön kuschelig und warm und weich und werdet ihr in nächster Zeit wahrscheinlich öfter sehen. Wie gesagt mein absoluter Lieblings-Pulli und deswegen drehe ich damit auch wahrscheinlich häufiger jetzt im Herbst, Winter. Nur dass ihr Bescheid wisst. Also wie gesagt, ich habe wieder bei MoTato's bestellt. Ich habe 47 Euro bezahlt. 47, ja. Als erstes habe ich bestellt so ein Sixpack Fruchttiger. Da ist auch Pfand mit drauf. Fragt mich jetzt nicht nach dem Preis, aber die mag der kleine einfach leidenschaftlich gerne und deswegen kommen die immer mit. Also immer wenn sie bei MoTato's da sind. Und was ich ganz viele habe. Moment. Also ich zeige euch jetzt nur drei Packungen. Honig. Insgesamt sind es, also von einem kleinen Päckchen, Portionspäckchen, 360 Stück. Da habe ich auch was als Weihnachtsgeschäft mit dem vor. Deswegen habe ich die mitgenommen. Honig ist immer gut und der ist auch noch bis 23 haltbar. Also was will man dazu sagen. Also da ist der Karton relativ voll von. Dann habe ich bestellt, wie auch eigentlich immer, wenn sie da sind, das Cola. Drei Stück für 1,77. Ich habe halt sechs Stück insgesamt genommen. Die packe ich jetzt auch nicht alle aus. Nur dass ihr seht, dass ich noch bestellt habe. Das wollte ich mal ausprobieren. Das ist Alge. Ein Doppelpack, also zwei Stück. Zwei Stück. Wie Chips aufbereitet. Und ja, ich dachte, das probiere ich einfach mal aus. Beim Asiaten und so mag ich sehr gerne Alge. Das ist jetzt gewürzt mit Salz und Essig. Aber ich dachte, wir testen kann ich es mal. Die Schokinikekse, die habe ich wieder umsonst bekommen. Da dachte ich ja, wenn was umsonst ist, nehme ich es mit. Kekse mögen meine Männer so leidenschaftlich gerne. Und haltbar bis 1.02.22. Bis dahin sind die ganz leicht gegessen. Und dann habe ich Rotkohl bestellt. Das sind insgesamt fünf Gläser für 1,35 Euro. Und Rotkohl jetzt Herbst, Winter brauchen wir auch sehr viel. Weil wir ja gerne Ente oder Gans oder sonst was essen. Schweinebraten. Noch haltbar bis ich suche. Wenn ich es finden würde, wäre es natürlich ganz praktisch. Auf jeden Fall. Ach, da ist es. Ich habe es gefunden. Bis 1.10.22. Fünf Gläser für 1,35 Euro. Die Portion ist ideal für uns. Und ist sogar noch biologisch. Ja. Was habe ich sonst noch? Moment, ich muss schauen, ob es noch was in meinem Honig gibt. Aber ich glaube, ja, das war es. Wie gesagt, ich habe ganz viel Honig. Und ja, es war diesmal keine so große Bestellung. Aber ich habe es hauptsächlich bestellt wegen dem Honig. Und ich wollte dann halt gleich die anderen Sachen mitnehmen. Entschuldigung, ich habe einen Schluck auf. Die wir sowieso immer bestellen würden. Beziehungsweise die Chips, die haben mich schon relativ lange interessiert. Ich kann es ja mal aufmachen. Okay. Algenblätter. Mh. Richtig lecker. Und ich sehe gerade, die ganze Tüte hat nur 103 Kalorien. Aber so eine ganze Tüte schafft man gar nicht. Also richtig lecker. Ja. Werte ich beim nächsten Mal, wenn sie noch da sind, wieder bestellt. Mhm. Ja. Also. Das war es dann erstmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Motatoes habe ich euch ja schon öfters gezeigt. Ich habe alles selber gekauft. Ich habe leider keinen Rabattcode für euch, weil das keine Kooperation ist. Aber vielleicht schaut es ja selber mal rein und findet das ein oder andere für euch auch. Es gibt da bis zu Pflegeartikeln eigentlich alles. Und ich tue mir jetzt noch meine Chips-Reiter reinhauen. Und wir hören uns dann mal nächstes Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen von oben nach euch freuen. Und natürlich auch über ein kostenloses Abo. Also bis dann. Ciao.